Immer schön aufpassen, wo es lang geht. Sonst wird's schmerzhaft. Beim Auftritt dieser Marschkapelle in Kolumbien nimmt diese junge Frau die Abkürzung an der Band vorbei. Das bereut sie sofort. Denn einer der Trommler ist so vertieft in sein Spiel, trifft die Frau voll im Gesicht. Doch nach dem kurzen Schock kann er sich ein Grinsen nicht verkneifen. Passiert ist zum Glück nichts. Und er bleibt weiter im Takt. Auch die Frau kommt mit dem Schrecken davon und wird zukünftig vielleicht überlegen, ob sie sich einfach irgendwo vorbeiquetscht. Die Frau kommt mit dem Schrecken. Die Frau kommt mit dem Schrecken. Die Frau kommt mit dem Schrecken. Die Frau kommt mit dem Schrecken.